Musik Der Tigre, Dämon und Co. Am 14.07. war es wieder soweit, der französische Nationalfeiertag stand vor der Tür und ich habe mich für euch auf den Weg gemacht, um dort Feuerwerk zu kaufen und zu zünden. Im folgenden Film möchte ich euch von meinen Erlebnissen und Erfahrungen berichten und euch Tipps für euren Einkauf in Frankreich geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.